es muss gucken was sie brauchen da braucht Reifen da braucht eigentlich keine Reifen, oder? oh da fack da braucht Reifen oh, 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 geh weg, geh weg, geh weg, der brennt! was brennt? oh mein gott lassen wir nach dem Reifen suchen das heißt wir müssen wieder zurück ich gehe mal davon aus auch wenn wir eine Reife finden also wenn ich ein Reifen Reife finden werde Reife? wie komm ich auf Reife? werde ich es nicht checken ok, den können wir reparieren, ja da braucht man einen Reifen gut da haben wir immerhin ein Fahrzeug können schneller dran, also rumfahren so wir müssen uns rumlaufen komm wir uns um, du mal kurz verstecken, ich glaube ich brauche Essen und trinken warum Blinks bei dir, also nur wenn es blinkt, ist es wirklich zu benutzen hier sind Reifen schon gefunden oh, ok ne, bei mir ist es nur orange leicht ok, ähm, lenkt die Zombies mal ab, rennt mal ein bisschen rum ok mh, unter meinem Waffensymbol ist ja irgendwas anderes keine Ahnung was für ein Symbol das sein soll also dein Waffen ist Temperatur, ok komm wieder ach so, das ist aber saurot ja das ist normal so gut siehst du mich ruhig, ja, sicherlich jetzt müssen wir eine Toolbox finden sonst können wir das nicht einbauen ah, hier ist ein bisschen ganz schön schnell Motorrad, kaputt ok ok so, ja auf weiter malalalalalalalalalalalala und jetzt sinkt meine FPS an, dann wieder runter ja und hier durch meins wird auch nicht besser kommst du mit überhaupt ja, ja, ich bin auch hinter dir grafikeinstellung ist ja schon echt guck mal wie das schön hinten raucht oh ja kann es auch explodieren ja, ja, also wenn du in den Kopf hast, dann musst du es nur bumm in so einer Art machen wenn da alle zwei, die sterben das und anders alter Schwede der läuft es genau wie ich hinter, hinter mir zu gehen ja, ich hab doch keine Ahnung ich will nicht sterben ja, wir müssen auf jeden Fall das noch kurz aus der Stadt, dann können wir in kleinere Städten, da kann ich dir mehr erklären da muss man sich eingekwinden weil hier ist nicht wirklich leicht zu erklären, wenn hinter dir so 30 Zorn ist das hinterher sind ja, hey, sind gar nicht so viele es ist krank aus, wo wir waren nein, das ist das andere krank aus so, was passiert dann ja äh, das ist schon nach links abgebogen, ja links, links, links immer schön nach links war so grüße Verkaufsschmerzen doch, das ist besser so, Trapkit, komm, Toolbox, ich mach ne Toolbox und nein, anscheinend ist hier keine Toolbox ok, ich hab irgendwas aufgehoben aber da werden wir auch irgendwas rausgeschmissen ähm, ich hab 5 Bandagen ähm, das dann hab ich glaube ich gar nichts hier ähm, kannst ne Bandagen nehmen wofür? ja, haben, wenn du äh, reichen, reichen dir Bandagen? ich habe 5 wenn ja, dann komm, komm ich hab keine Ahnung, wie viel ich brauche ich mach immer voll für den Anfang und weiß ja nie, wie oft man buchen wird hm, kann ich vielleicht mal kurz wir sind hier in den großen Industriehauten oh mein Gott, nicht mich töten keine Toolbox, oh warte, lass mich hier nach rechts komm schon, ich brauche mal eine Toolbox dann werden wir hinwegfahren ja, ne Axt, die kannst du dir ausrüsten oh mein Gott, ne Axt du weißt ja, wie es ausrüsten geht ich glaub schon boah, Alter, machst mir Angst ähm, Axt, 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 Axt oh scheiße, pass auf, pass auf, pass auf ah ok, ich blute, ich blute ich muss irgendwas machen guck, das meinte ich bandagier dich, bandagier dich setz dich in, bandagier dich gib ein bisschen Deckung hab ich jetzt bandagiert bandagieren dauert lange ok, ich hab jetzt aber keine ich mach aber keine Animation mach G und dann rechts bandagen gut das heißt bandage meister jetzt machst du's du musst schon machen ich hab keine Raffung bist du deine Axt gleich aus äh, rechtsklick und dann we move und pulver genau, einfach ein Problem ok, ok, ok easy, easy jetzt musst du zu einem bisschen ich hab keine Money mehr ok, ok töten nee, du musst, du musst in der Nähe sein ich muss auf jeden Fall ne Toolbox finden dann können wir weg tja, dann such mal reifen hast du Platz im Inventar? ich kann gerne was rausschmeißen wenn du willst hast du sechs Platz im Inventar frei? in meinen Rucksack? na, äh, nein Inventar Hauptinventar ich hab keine Ahnung ob Zombies, 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 Zombies ich weiß es um ehrlich zu sein nicht ich weiß es um ehrlich zu sein nicht ob ich Inventar Platz habe warte, warte ich mach's auch einfach anders wo bist du hin? kriegst du da rum? ne, ne? wo die Zombies sind, da bin ich ich hab Knochenbruch ich seh keine Zombies ich hab aber Knochenbrechen hören ja, das war ich ich glaub ich werde gleich verbluten ich würde dir gerne helfen aber ich weiß nicht wo du bist montagieren ich bin hier in dem Teil drin mein zweiter und ein links war ich zweiter und ein links? ah ich bin zu dumm für das Spiel da ja ohne Scherz bist du in irgendeinem Gebäude drin? ja aber warte ich hab mich schon montagieren hier drin nicht so hier bin ich ach, da bist du ja hey, hier ist eine Waffe das ist meine die ist leer ach, roter Ping das ist egal ok was stehst du auf? liegen bleiben wie so kriechen die Zombies keine Ahnung liegen bleiben hier ist nichts leere Dosen jetzt ein Fuel Tank das Ding bringt nichts wir müssen auf jeden Fall nur in Reifen verbrauchen wir nur ne Toolbox ja nur ist gut und natürlich ist hier irgendwo ne Toolbox hier ist rinken wenn du brauchst ich habe zwei Soda Tankstrap Kit was brauchen wir eigentlich nochmal? Toolbox Toolbox, ne habe ich glaube ich nicht ne hast du nicht, dich auch nicht was ist ein was ist ein Schimmel Light dann bleibt egal es ist so ein nachtsbeleicht, komm komm mit jetzt bis das so nicht okay, okay wo bist du denn lang gerannt? so, dann rechts ah lass ein Hühnchen kann ich es töten? ja, aber das bringt nichts jetzt nichts, wir müssen erst mal weg okay du weißt es besser ja wir sind bloß in Toolbox sind ja ok komm schau in Toolbox komm schau in Toolbox komm schau in Toolbox das gibt es doch nicht wissen Rapp Metal brauche ich alles nicht Waffe blinkt bei mir ja das ist so gesagt du warst im Gefecht oder du bist im Gefecht achso ne das darf ich mich ehrlich verarschen hm wo bist du? äh grad äh rechts irgendwo glaube ich ja hinter dir oder so hinter dir hinter mir ist ein Zaun hä ah hier links von mir wenn dann ja, keine Ahnung, du trägst dich die ganze Zeit und ouch es gibt zwar nicht es gibt wirklich hier keine Toolbox es ist doch so sieht so aus man kann sich nur beschreiben boah ich glaube es regen sich voll viel auf wie schlecht ich spiele ach was im Anfang ist das gut genug ja immerhin hast du schon mal ne Waffe yeah for pro like ein Axt manche laufen so rum und wissen nicht was ne Waffe ist ich würde doch eigentlich einfach so rumlaufen und gar nix machen oh ich hab den ersten Mapdach gesehen von guck das meinte ich nicht das so wurde China wusste ganz mit aufgebaut sie ist da ist auch zu tun take jerry can ähm schrieb doch das meinte ich siehst du die Wand ja ja und das meinte ich so ist die ganze China wusste oh hab ich dich geschlagen ne aber so hängt die ganze China wusste ab okay so verpackt gemäppt also von den Macher weißt du du hast ein bug cool die Dose ich glaub langsam muss wirklich was trinken und essen ich trinke meine Soda Coke gar nicht so kommst du ich trinke grad was ah ok jetzt ist das Fall gut gleich doch aber du musst nicht unnötig früh trinken erst wenn es so wirklich am blinken ist weil sonst verbrauchst du nur Wasser das war schon fast leer das muss wirklich schon blinken das ist so gut blinkt dann kannst du es trinken oder ich töte dich halt voll klar dein trinken ähm ich meine ähm was was Hilfe lauf weiter wo ist die ganze wo bist du hin ähm ich bin nach rechts ach so ok ok ah hab dich da ist der Mann ja wieder hin äh ey boah wie es hier leckt unglaublich einfach nur ja hm ich finde den Reifen aber keine Toolbox das ist doch sowas auch und scheiße laufel ich hab mir den Reichen eingepackt ich will keinen Reifen haben egal lass 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 drin ich glaub ich hab es aber ich bin mir nicht sicher mach geh und guck mal aber zumindest ist es nicht mehr hier hm keine Ahnung Reifen heißt so wie um wenn du die tüchter müssen dann sind das und was ist und dasustrechen sein um 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 eigentlich nicht das ist das ist irgendwie vorbeugt okay ich bin auch schon so müde die ganzen Nacht hier durchgemacht und diese bisher ich auch was es ist und dann bin ich schlafen gegangen war schlimm ey die Jugend von heute hier ist irgendwas so ein Shit so ein Kiste so ein Dingens kann das sein wo ja ja gut ich hab's glaube ich genommen drückgehe und dann ist es unten bei wo die ja Toolbox soll ich das geben drop die man rechtsklick oder wie droppen also einfach draufklicken draufklicken und dann drop also drop gut hab gejobbt warte herzlich willkommen Exus wenn du jetzt Punkt du siehst doch da Punkt Komma und Klammer Punkt Komma und Schöpfung ja Strich wenn du Komma trägst oder Punkt kannst du die Chats auswählen Zeit Chat ist so gesagt du kannst dich mit jedem hier auf der Web also reden direkt Kommunikation ist wenn jemand in der Nähe ist die Regel Chat ist wer also der im Auto drin sitzt naja Herz 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 tut mir leid ich hab einen Schreibfehler gemacht Loser geht dich schämen und ja Zeit Chat macht der Chat und wenn du dieses Strich klickst dann kannst du schreiben ach so nur will ich einen Schreibfehler machen oder ich kann reden ja aber im Zeit Chat im Zeit Chat sollte man besser nicht reden das ist ein Regen verboten das stört wirklich andere Spieler ach so ok weil Zeit Chat ist nur Konten zu können Kommunikation erstellt wurden so not werden wir es auch weg machen wenn es zu viel gelabert wird und ja naja Schreibfehler passieren halt das kann ich das ist ja das ist voll deprimieren zu einem Ort diese voll und die angespannt ist und auch immer schreit jemand rumpeljärd das sind wir nicht sagen manche sitzen so mehrere Minuten so wie ich mit dem Weg wir sitzen also das ist einfach weil ich wir haben einen untervisieren die Sitze ist so alle völlig erfahren um eine Kürze bei sich das kommt bei mir zu dann sofort zu dem Maus und dann verlieh ich ihnen dann sich nicht wo der S&M Endeffekt ist er dann weg da machst du nichts wieder rote Pingen auch wieder wenn es ist es kommt immer wieder mal das ist egal dort passiert ja gar nix dann muss ich anlegen oder pink ist halt nur dass sie dass du die Verbindung langsam verlierst aber nicht wirklich verlierst so bin ich da meinet so ist es ich weiß es nicht genau geht mal gleich die Sonne sich reparieren so lange das Fahrzeug okay okay ich versuch's unser Bus sieht richtig schön aus ich hab' vor der Verbrennung sich irgendwie nicht ich glaube dass er nicht so toll hat er die Städte ist du Idiot abwärts glück hinter dir so zum lieb dritten wird